Und da sind wir wieder zurück. Es hat geklopft. Warum hat es geklopft? Ich habe Angst. Es ist sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Echt? Warum müsst ihr mir so eine Panik machen? Machen. Hast du geklopft? Ich werde etwas gut. Was? Ja. Whatever. Oh, dieses Spiel. Es fuckt einen gar nicht. Nein. Oh, dieser Stuhl ist gerade sehr unangenehm. Ich muss meine Beine mal gerade knoten. Ich saß hier die ganze Zeit im Schneidersitz. Da bin ich wieder. Bist du auch verschlossen? Ja. Mary? Mary? Are you okay? Bist du? Was machst du? Oh, Mary, bitte nicht so eine Angst. Gary? Wir müssen noch immer alle Kugeln finden. Wir sind entspannt. Wir sind ganz entspannt. Willst du mich jetzt töten? Wie? Wo gehst du hin? Lass uns zusammenbleiben. Okay? Gut. Auf einmal folgst du mir so, was du davor nicht getan hast. Kekse und Kuchen und Kuchen und Schokolade und so viel zu essen. Ich will all das essen. Ich will all das essen. Das ist schön. Ich will auch gerne all das essen. Können wir zusammen essen? Ja? Aber bitte mich nicht töten. Aber bitte mich nicht töten. Warum fangst du mir hier nicht rein? Reinkommst du nicht? Da ist sie. Da ist sie. Es wird auch immer... Ach, guckst du dir die Bilder an. Warte, wir fangen nicht da unten ab. Alles gut? Willst du mit mir reden? Du willst nicht mit mir reden. Warum willst du nicht mit mir reden? Alles gut? Warum willst du nicht mit mir reden? Jetzt fangst du mir wieder. Oder auch nicht? Du machst mir so gar keine Angst. Nein! Was wird dir los, Gary? Ich habe gefragt, du, Mary. Was willst du da tun? Das ist so, was das halt mit den Marys. Wie kriegt man diese Kattüren auf? Fishing Hook. Marvellous Night. Marvellous Night. Also eine wundervolle Nacht. Zwei Stück fehlen noch. Sind wahrscheinlich in den Türen, die ich nicht aufkriege. Wenn ich jetzt wüsste, warum ich die nicht aufkriege. Strangely cold. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas warmes finden. We worry a lot. Mhm. Was passiert, wenn ich daran nochmal ziehe? Nichts. Wenn ich daran nicht nochmal ziehen kann. Wenn es zumindest Hinweise gebe. Wenn es zumindest Hinweise gebe. Komm, wir haben doch schon alles rausgefunden. Warum jetzt mal wieder nicht? Was? Sieht dick aus. Boah, alles macht mir hier Angst. In diesem Kackspiel. Da war so schrecklich war ich bei Aya und bei Crooked. Lange nicht. Lange nicht. Ja. Gut. Vielen Dank für diese Erkenntnis. Ist das dein Zuhause? The door ist unlocked. Also sie ist nicht mehr verschlossen. Wir haben gerade Gespräche, also gehen wir mal einfach rein. Hi. Herzlich willkommen im Puppenland. Gary, wollen Sie einen Tisschen Tee? Aber lieb dir. Vielleicht mit ein bisschen Blut? Hm, ja. Aber nur ein bisschen. Aber nicht meins. Ja. Ja. Ich flipp hier gar nicht aus. Oh, nein. Was? Soll das Writing, also was geschriebenes, heißen? Dann ist es aber ein Schreibfehler. Komm, lass uns ein nächstes Spiel spielen. Wer, wer, wer hat den Schlüssel? Hm. Hm. Was nun? Oh, nö. Das ist schlecht. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Oh Gott, was ist das? Ich habe genug von diesem Raum. Warum? Wieso? Warum muss ich nur damit irgendwas tun? Hm? Das ist die Frage. IP muss auch in so einer schrecklichen Situation sein. Wir müssen schnell wieder zusammenkommen. Also mal doppelt speichern. Egal. Hält doppelt besser. Und alle guten Dinge sind drei. Was? Die Gesinnungsfarben sind vorbei. Äh, vorbei. Äh, zusammen. Es ist... Dieses Spiel macht einem so gar nicht Angst. Warum, wir können jetzt nicht mehr rüber. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Was? Hör auf. Nein. So. Bitte. Danke. Weiter essen. Was ist das? Treppen. Ja, jetzt kam ich so weit, aber ich frage mich, ob ich überhaupt noch weiter gehen sollte. Aber ich weiß auch nicht, was zurückgehen, was bringen würde. Wir müssen weiter gehen. Es geht nicht anders. Einfach weiter gehen. Es gibt keine weitere Optionen. Nee. Bitte lass sie sicher sein. Wir speichern auch noch einmal. Nein. Es lockt. Kann ich immer noch nicht mit dir reden? Nein. 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 there stands I be here. Brown key. die macht mir gar keine Angst Mary Mary wo bist du da wollte ich nicht hin da muss ich vielleicht direkt an der Tür verwenden boah ich bin so am schwitzen ich bin just brauner Schüssel wo gehst du hin warum gehst du alleine du hast mir versprochen dass wir zusammen bleiben ja dann du warst nicht da du warst nicht da dann beschwer dich jetzt nicht richtig warum läufst All rinke du werft du warst nicht da das ist du warst nicht da Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020